Nautic Expo gibt uns die Möglichkeit, weltweit zu agieren, die Kunden aus anderen Ländern auf eine einfache und schnelle Weise kennenzulernen und so einfach unseren Kundenstamm zu vergrößern. Einmal ist ein großer Vorteil, dass uns Arbeit abgenommen wird, dass ein Netzwerk geboten wird, wo wir einfach mit aufspringen können und somit neue Kunden auf einfachen Wegen erreichen können, ohne dass wir selber sehr viel Zeit und Geld investieren müssen. Es ist wichtig, dass Internet heute eine sehr gute Kommunikation ist. Unsere Kunden ist global. Wir haben eine Aufmerksamkeit über den Welt, die uns zu erreichen, überall und überall, die unsere Produkte interessiert werden. und unsere Produkte. Und wir touchen die ganze Welt. Das ist für uns wichtig. Die Handlung, die wirklich gut funktioniert und die Kontakt und die Leads generieren, sind die Presse-Communikation. Das ist wirklich das Element für uns der größere Effekt. Als Unternehmen, wir müssen eine Presse auf der Internet. Und unsere Website ist ein Teil dieser Internet-Presence. Aber wir müssen auch auf einem wideren Forum als nur unsere Website. Und NordicExpo würde uns sein, als der Markt-Leader im Online-Boat-Show. Es ist ein guter Erfolg für uns, und wir monitorieren, wie viel Traffic wir sehen, von der Website. Und wir sind sehr glücklich mit dem Ergebnis. Die größte Sache für uns ist, dass wir all den ganzen Welt erreichen. mit uns sind. So, die Kunden aus Australien, oder aus Südamerika und Nordamerika können unsere Produkte und sie können in Kontakt mit uns. Working mit den Freunden ist immer eine gute Sache. Es ist eine gute Beziehung. Ich bin sehr glücklich, die die Services benutzen. Fingers crossed, sie werden alle in einem neuen Business für uns. So, sehr positive results so far. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.